Boah, ich hasse Elfen. Was will mir jemand, der es nicht mal schafft, sich ein Brötchen zu kaufen, was vom Sinn des Lebens erzählt. Simir und Orima sind ja im Endeffekt der Beweis dafür, dass die Magierphilosophie richtig liegt. Dieses Gefühl, ich will aber eigentlich doch mehr wissen darüber, wie das funktioniert. Neulich in Aventurien. Ein DSA-Fan-Podcast. Folge 21. Elfen in Aventurien. Vorsicht, diese Folge enthält Spoiler für die Sternenträger-Kampagne, die Phileason-Kampagne und die Simiala-Kampagne, sowie etlichen Örtlichkeiten und Persönlichkeiten Aventuriens, die mit Elfen in Zusammenhang stehen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, huhu hier wieder beim Koali und zu einer neuen Session neulich in Aventurien. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, denn dies ist die erste Aufnahme-Session 2023. Und wir dachten uns, wir machen mal was ganz Neues im neuen Jahr. Wir widmen uns mal einem Volk in Aventurien, und zwar den Elfen. Und an meiner Seite heute, Juli. Huhu! Und als Expertin haben wir uns jemanden gesucht. Cempa-El ist bei uns. Und da sage ich auch mal Hallo. Hallo allerseits. Ja, als Expertin bezeichne ich sie deswegen, weil ich ihre tollen Videos auf dem Kanal von Frosty Pen & Paper gehört und gesehen habe. Und da hat sie ganz viel über Elfen gemacht, weil sie wahrscheinlich voll im Thema war, als sie gerade Elfen-Kampagnen in DSA geleitet hat. Du hast irgendwie die Simiala-Kampagne geleitet mal und die Sternenträger-Kampagne. Geleitet? Nicht beide. Ich habe die Simiala-Kampagne geleitet und tatsächlich letztes Jahr auch noch zu einem guten Ende gebracht. Das war zwischendurch nicht immer so klar. Und die Sternenträger-Kampagne hat mich von Anfang an interessiert. Also ich war damals auf der RadCon, als da der erste Band erschienen ist. Und habe dann angefangen, die zu rezensieren. Dann erst eher so informell und das wurde dann irgendwie mit jedem Video mehr Aufwand. Genau. Das war super gemacht, finde ich. Also wenn ihr nochmal ein bisschen mehr Infos haben wollt zu Elfen und zu den Kampagnen, dann schaut mal auf den YouTube-Kanal von Frosty Pen & Paper. Verlinke ich auch hier unten drunter. Irgendwo in den Shownotes. Und da werdet ihr fündig, wenn ihr noch mehr hören wollt. Wir schauen auch mal, ob wir die ganze elfische Geschichte und alles, was man über Elfen zu sagen hat in Aventurien in eine Folge kriegen. Ich fürchte nicht. Aber ich würde ganz gern mal eine Ausgangsthese beginnen. Mal gucken, was ihr beide dann dazu zu sagen habt. Ich habe die These und das ist vielleicht gar nicht mal so eine These, sondern es ist eher eine Erfahrung. Glaubt ihr, man kann DSA-Elfen als 0815-Fantasy-Elfen bezeichnen oder wo es liegt da für euch das Besondere, was die DSA-Elfen zu DSA-Elfen macht? Also als erstes gibt es natürlich Gemeinsamkeiten, die Spitzohren. Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig, die haben sie alle. Alle Elfen, glaube ich. Ich habe noch keine Elfen ohne Spitzohren gefunden. Aber dann weicht es auch schon ab. Also in Aventurien ist mir tatsächlich noch nicht der auf dem Schild reitende, bogenschießende Elfe die Treppe herunter. A la Legolas begegnet in D&D vielleicht. Aber in Aventurien waren meine Erfahrungen oder was ich so von Elfen mitgekriegt habe, dass je tiefer man eingestiegen ist, desto anders fühlten sie sich an, als was man aus Fantasy-Büchern so kennt. Aber ich glaube, Cemba-El weiß da ein bisschen mehr zu berichten. Ja, also wenn man sich allgemein Elfen im Fantasy anschaut, da gibt es ja verschiedene Traditionslinien. Also man hat zum einen die, die heutzutage weniger bedient wird. Das ist eher so dieses, was in DSA Kobolde wären oder Feen oder so. Und das andere ist eben die Tolkien-Traditionslinie, die auf die Tuatha de Danann zurückgeht. Also diese sehr erhabenen, mächtigen und durchaus auch gefährlichen Elfen. Und ja, also was wir in DSA sehen, würde ich sagen, ist eine Vermischung von den Tolkien-Elfen mit sowas noch naturverbundeneren. Also man hat es bei Tolkien so ein bisschen, aber nicht so extrem. Und was, denke ich, auch ganz wichtig für die DSA-Elfen ist, die haben ja den Zenit ihrer Kultur schon lange überschritten. Das sind eigentlich die kläglichen Überreste einer ehemaligen Hochkultur. Genau, ja, also diesen Rest Tolkien, wenn man sich ein bisschen mit der Lore befasst im DSA, kann man durchaus noch sehen, finde ich. Ich glaube, das ist auch sehr inspiriert von dem, was bei Tolkien an Elben kommt, gerade vom Grundthema des elfischen Volkes her. Und dann, wie du schon sagtest, vermischt mit Naturvölkern vielleicht. So ein bisschen 80er Jahre Indianer, finde ich, zum Beispiel. Also indigene Völker, Indianer ist ja kein gutes Wort mehr. Ja, das stimmt, aber ich glaube, in dem Fall ist es tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil wir reden ja nicht von den tatsächlichen historischen Menschen, sondern wir reden tatsächlich von diesem Klischee. Ich würde auch sagen, von dem ausgedachten Kalmai-Indianer würde ich ausgeben. Ja, besonders stark natürlich bei den Steppenelfen, aber es ist schon auch bei den anderen irgendwie mit dabei. Deutet aber, man muss sich natürlich dann erstmal in Aventurien klar machen, dass man Elfen nicht mehr als die Hochkultur, die am Höchstpunkt steht, spielen kann, was ja, vielleicht mal auf die Idee käme. Also es gibt noch Überreste und es gibt noch vereinzelte Sippen, glaube ich. Ich glaube, das Leben in der Sippe ist mehr, aber so eine ganze Stadt voller Elfen mit einer Hochkultur gibt es ja nicht mehr. Oder? Naja, es gibt Gerasim, da ist es aber auch vermischt mit Menschen. Ja, und es gibt halt die einzelnen Sippenbehausungen der einzelnen Völker. Aber so eine Stadt, so wie Gareth oder so eine Riesenstadt, wenn man an elfische Geschichte guckt, irgendwie Tishiana oder Simiala oder sowas, gibt es halt nicht mehr. Das ist richtig. Ja, und das ist ja auch für ganz viele Elfen eine sehr bewusste Abkehr, weil die ihre Vergangenheit ja inzwischen kritisch sehen. Das heißt, viele von denen würden vermutlich sagen, dass sie jetzt ein besseres Leben führen. Was sie auch noch geerbt haben aus dem Tolkien-Elfen, ist auch die Langlebigkeit. Also dass Elfen sehr, sehr, ja, resistent gegen die Zeit sind. Und ich finde, allein das ist schon ein Spielansatz für mich, der ist ein bisschen, der den Elfen zu einem Exoten macht. Also für mich gibt es ja diesen Abschnitt im Grundregelwerk, wie exotisch darf es sein, wenn ihr einen Charakter spielen möchtet. Ich finde, Elfen sind immer Exoten eigentlich. Man erwartet halt aus der D&E-Richtung als Spieler, ich kann mich ohne Probleme in die Gesellschaft oder in die Gruppenstruktur einordnen, die eine Heldengruppe nun mal darstellt. Und ich kann auch in Abenteuern einfach so mitlaufen. Und ich glaube, das ist eigentlich, wenn man das ernst nimmt, was die Elfen darstellen, nicht wirklich möglich. Vielleicht noch am ehesten bei Au-Elfen oder Steppen-Elfen. Aber sonst ist der Elf schon immer so exotisch, dass er immer so ein Laster mitbringt. Also früher in DSA 4 war es diese elfische Weltsicht, die immer mitgeschwungen hat, die auch immer als Nachteil super krass ausgespielt worden musste. Und ich glaube, das macht den Elfen wirklich fast schon, also ich würde nicht sagen unspielbar für eine normale Gruppe, aber schwierig spielbar. Oder was meint ihr dazu? Also was ich so über Elfen weiß, ist, dass es auch viele verschiedene Elfen, Völker und Stämme gibt. Und man dadurch natürlich, also das lässt einem doch ein wenig mehr Raum für verschiedene Interpretationen. Es gibt ja die Au-Elfen, Wald-Elfen, Firn-Elfen, Steppen-Elfen, Halb-Elfen. Das ist, glaube ich, noch so der seichteste Einstieg ins Elfenspiel, weil man da natürlich dann halb Mensch, halb Elf oder einfach das Blut der Elfen langsam mit reinbringen muss und nicht gleich weltfremd sein muss. Genau, also sodass man, ja, je nachdem vielleicht, wenn man jetzt nur ein Elf in der Gruppe ist, gucken muss, ob man wirklich den absolut weltfremden Viern-Elfen spielt, der nicht unbedingt die Gruppendynamik mitentwickeln kann. Also sprich, es ist von Vorteil, sich so ein bisschen mit den Elfen von Aventurien zu befassen, aber dadurch, dass es eben verschiedene Völker der Elfen gibt, finde ich, hat man die Möglichkeit, Ansatzpunkte zu finden, eigene Interpretationen auch mitzunehmen und Elfen trotzdem zu spielen. Das ist ja nicht so, dass sie jetzt unspielbar wären. Das wäre ja einfach traurig und schade. Einer der wenigen Völker, die man außer Menschen in Aventurien spielen könnte. Ja, also wenn man mal von den Nachteilen ausgeht, denn die sollen ja was abbilden. Also sie sind vielleicht nervig, aber es ist der Versuch, irgendwie diesen Background darzustellen. Und einer der Hauptpfeiler ist ja die Elfische Weltsicht. Das ist die, die auch in, also ich bin jetzt bei DSA 4, so schwer wegzukaufen ist, dass das wahrscheinlich kaum jemand machen wird, wenn man da wirklich richtig viele AP drin versenken müsste. Und was diese Elfische Weltsicht macht, ist, dass man alles, was quasi nicht zur Kernprofession dieses Elfen gehört, eine Spalte erschwert steigert. Und gleichzeitig hat man auch diese, ja, ich glaube, unter den verschiedenen Rassen einzigartige Art, die Zauber am Anfang zu steigern. Und das alles zusammen bewirkt, dass ein Elf auf Start-AP im Grunde genommen schon fertig ist. Also ich finde, wenn man auf Start-AP spielt, hat ein Elfischer-Charakter einen großen Vorteil, aber er steigert dann halt nicht mehr so schnell. Weil eben, naja, diese Langlebigkeit, die springen nicht gleich auf den nächsten Zug auf. Und bis die mal was von ihrer Umgebung annehmen, das ist alles ein bisschen gemächlicher. Ja, und auch durch den Hintergrund vielleicht auch irgendwie erklärbar, dass sie eben Neuem oder Neugelerntem erstmal mit Vorsicht begegnen. Und ich finde, das haben sie auch in den alten Regelwerken in DSA 4 auch sehr gut regeltechnisch umgesetzt, was so ein elfisches Gefühl für den Charakter angeht. DSA 5 macht das auch, aber die haben so einen leicht anderen Ansatz gewählt. Die wollten, glaube ich, dieses Thema Elf ein bisschen weiter öffnen und eben auch dieses Entwicklungsding ein bisschen höher machen, als es dann in DSA 4 war. Was jetzt nicht schlecht ist, aber eben genau diesen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, so ein bisschen hinten überfallen lässt und dann an das Rollenspiel koppelt, was man ja immer machen kann, aber halt auch nicht muss. Ja, das sieht man ja bei vielen Sachen, wo sich halt in DSA 4 abgezeichnet hat, dass sowas kaum oder nur schwierig spielbar ist. Also Schelme sind ja zum Beispiel auch so ein Thema. Schelme waren in DSA 4 einfach nur als furchtbar nervig verschwien und viele Leute haben gesagt, sie wollen keine Schelme in ihrer Gruppe haben. Und die sind in DSA 5 durchaus anders. Also sind als... Ich höre dazu. Ja, also die sind in DSA 5 durchaus anders angelegt, mehr als Supporter. Aber um Schelme geht es hier jetzt nicht. Also das ist der allgemeine Trend von DSA 5, eben Sachen, die sich vorher als schwierig herausgestellt haben, irgendwie ein bisschen spielbarer zu machen. Und ja, die Elfen gehören da sicherlich auch dazu. Und ich finde, das sieht man auch sehr schön an den Büchern, die es in DSA 4 halt dazu gab. Aus Licht und Traum ist ein wunderbares Buch, aber es gibt einem keine eindeutigen Antworten. Also will es auch nicht. Also wenn man das jetzt speziell mit der Zwergenspielhilfe gegenüber stellt, da hat man was Handfestes. Da weiß man, was man dann machen soll. Aber aus Licht und Traum ist irgendwie inspirierend, aber auf der anderen Seite furchtbar schwer umzusetzen. Es ist auch schwer zu lesen. Also ich fand das sehr, sehr schwer zu lesen, weil es so zerstückelt und genau auch diese Erwartungshaltung nicht bedient hat, die man mit der ich an das Buch damals angegangen bin, muss ich ehrlich sagen. Genau. Und nur ganz kurz an die Zuhörer, die vielleicht noch nicht ganz so bewandert und tief in DSA 5 oder geschweigenden 4 drin stecken. Aus Licht und Traum ist die Spielehilfe zu den Elfen aus DSA 4-Zeiten. So nicht mehr käuflich erhältlich, außer zu hohrenden Preisen im Internet. Und die Zwergenhilfe sind Angroschskinder. Das sind die aus DSA 4-Zeiten Spielehilfen, die nicht ein komplettes Volk sozusagen in einem Buch vorgenommen haben. Gibt es für DSA 5 so noch nicht. Es gibt tatsächlich nur so vereinzelt. In einzelnen Büchern werden dann Zwerge ein bisschen aufgegriffen und Elfen nicht so viel. Tatsächlich ist es nicht so konkret, nicht so greifbar wirklich. Ein bisschen natürlich als im Einstieg. Es gibt ja die Charaktere, die Elfencharaktere, auch einen Einstiegscharakter. Das ist natürlich die typische Gruppenzusammensetzung. Magier, Krieger, Zwerg, Elf. Aber ansonsten ist es... Er ist der Tank von denen. Der Zwerg, der Krieger, ist der Damage-Dealer. Der Elf ist der Fernkämpfer und der Magier ist halt der Magier. Ja. Genau, die kennen wir alle, die Gruppe. Ja, ich finde das einen interessanten Punkt, den Cemba eben gesagt hat mit dem Licht- und Traumregelwerk. Es bildet für mich genau, also wenn man überlegt und sich ein bisschen damit befasst, bildet diese Spielhilfe das Gefühl für mich ab, was ein Elf irgendwie nach außen trägt auch. Genau dieses nicht genau Wissen und dieses Offenbleiben und diese Legenden von dem Frühjahr und so, die man vielleicht gar nicht wissen will, weil es zu spezifisch ist und so. Und dieses Schwammige und dann irgendwie dann doch dieses Gefühl, ich will aber eigentlich doch mehr wissen darüber, wie das funktioniert. Aber dann auch immer dieses, oder vielleicht ist es cooler, wenn es im Wagen bleibt. Es ist das Nichtgreifbare der Elfen. Und im Vergleich dazu, die Zwerge sind ja an sich als Volke sowieso bodenständiger. Vielleicht trifft es das einfach so ein bisschen den ganzen Charakter der beiden Völker. Ja, also Zwerge sind zwar schon auch anders als Menschen, aber sie sind für Menschen irgendwie anschlussfähiger. Die können miteinander reden. Dagegen mit Elfen zu reden, ist manchmal eine sehr schwierige und teilweise frustrierende Erfahrung. Ja, und wenn man so einen gut gespielten Elfen in der Gruppe hat, dann kann das auch frustig sein. Also wenn der das dann auch richtig raushängen lässt, oder die, dieses hochgestochene Gerede und dieses Philosophieren und das elfische Philosophieren ist dann nochmal viel schlimmer und dann von Dingen reden, von denen die Menschen dann überhaupt keine Ahnung haben oder so und das dann auch für wichtig nehmen, das kann schon anstrengend sein. Genau wie der Schelm in DSA 4 halt auch anstrengend war. Ja, also das ist was, wo ich gegen Ende der Simjala-Kampagne stark damit zu kämpfen hatte, dass meine SpielerInnen davon einfach die Schnauze voll hatten. Also das war dann im letzten Teil zu viel. Und ich habe das dann schon zurückgefahren, also meine Elfen, also ich habe mal Feedback von außen bekommen, ja, das ist nicht hochelfisch genug, was ich da darstelle. Und dann habe ich gesagt, ich kann die nicht zu extrem darstellen, wie ich es vielleicht müsste, denn meine Spieler steigen mir jetzt schon aus. Und ja, es gibt auch starke Meinungen zu Elfen, oder? Also ich habe relativ viele Leute in der DSA-Szene kennengelernt, die gesagt haben, boah, ich hasse Elfen. Ja, die habe ich auch gehört, ja. Ja, höre ich auch immer und immer wieder. Und je nachdem, wie nervig oder offen oder schwammig sie ausgespielt werden, kann das natürlich auch sein. Wobei ich an der Stelle immer sage, spielst du, wie ihr möchtet, solange es für die Gruppe stimmt. Warum nicht? Also wenn jemand sich an Herr der Ringe und den Elben orientiert und da seinen Startversuch macht, in Aventurien Elfen zu spielen und das für die Gruppe in dem Moment okay ist und er vielleicht mit der Zeit erst, ich sage mal, nur wenn man spielt, kann man ja irgendwie Erfahrungen sammeln oder gucken, wo man sich wohlfühlt oder was für einen stimmig ist oder für die Gruppe stimmig ist und wo nicht. Von daher, wenn man Lust auf Elfen hat, sage ich immer, machen, einsteigen, spielen, aber auch offen sein für das, was dann auf einen zukommt oder auf einen zukommt oder was man so erfährt oder eben nicht erfährt. Also Output von außen oder Input, Input von außen meine ich oder Input, weil man sich selber einliest oder, oder, oder. Dann liegt es natürlich auch an der Spielleitung, ob die das überhaupt aufgreift und aufgreifen kann oder will, der oder die Elfenspielerin dann an der Hand zu nehmen und irgendwie zu zeigen, was Elfen sind oder so. Muss ja auch nicht unbedingt ins Abenteuer passen, das kommt ja auch noch mit dazu. Ja, also mein allererster DS Archer war tatsächlich eine Elfe und wie ich aus heutiger Sicht sehr gut nachvollziehen kann, hat der Spielleiter erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat versucht, mir das auszureden. Und heute verstehe ich das. Ich hätte das Gleiche getan an seiner Stelle. aber ja, die Alternativen, die er mir angeboten hat, das war für mich halt irgendwie nicht spannend und ja, sagen wir mal so, lesen fällt mir leicht. Zwei Wochen später hatte ich nicht nur aus Licht und Tromm gelesen, sondern auch noch das halbe Lieberkanz Jonas und das ging dann schon. Also ich war motiviert genug, dass ich das durchgezogen habe, aber es ist natürlich schon nicht so der einfachste Start in diese Welt. Weißt du noch, mit welcher Grundidee du den Charakter spielen wolltest und weißt du noch, wie der sich dann entwickelt hat, als du mehr gelesen hast? Ich glaube, ich habe den Charakter vielleicht eine Sitzung gespielt, bevor ich das Buch gelesen hatte. Also da war nicht viel dazwischen. Ich glaube, mich hat irgendwie so dieses Naturverbundene gereizt und natürlich Magie. Also Magie ist ja wieder ein Haufen Regeln, die man einem Anfänger eigentlich nicht zumuten möchte. Aber ich wollte unbedingt irgendwas Magisches. Und insofern würde ich auch heute sagen, wenn die Leute richtig motiviert sind, dann wird das schon. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht widmen wir uns einfach mal der Grundursache, warum die Elfen in DSA so kompliziert sind. Und ich finde, man kann es nämlich zurückführen eigentlich auf einen ganz kurzen Satz. Nämlich Elfen gehören eigentlich gar nicht nach Dere. Ich hatte jetzt erwartet, Elfen sind keine Menschen mit spitzen Ohren. Das ist ja dieser Satz, der einem immer wieder so um die Ohren gehauen wird. Das auch. Aber ja, tatsächlich. Also so kann man das natürlich auch begründen und wirkt es dann auch sehr stimmig. Denn die Elfen kamen ja aus dem Licht. Und was das Licht ist, ich glaube, da hat sich auch bis heute kein Regelwerk so hundertprozentig festgelegt. Möglicherweise handelt es sich um eine Globule, aber das ist nur Spekulation. Und die Elfen kamen eben aus dieser anderen Welt, von was für einer Art diese andere Welt auch sein mag. und der erste, der da eben so richtig bekannt war, war Simia, der aus dem Licht trat. Elfen ändern ja auch gerne mal ihren Namen, wenn sich in ihrem Leben was Bedeutendes ereignet. Und ja, für Simia war es eben, das Licht zu verlassen und sich die Welt anzuschauen. Ich finde es immer interessant, wenn man versucht, irgendwie zu ergründen, was dieses Licht denn eigentlich ist. Globule hört man ganz, ganz oft, irgendwie so wie die Feenwelten, irgendwie so, aber dann doch irgendwie ins aventurische Sphärengefüge irgendwie eingebettet. Und wenn man diese Darstellung von den aventurischen Sphären irgendwie sieht, da ist ja auch die Lichtwelt irgendwo abgebildet. Von daher scheint sie ja irgendwie schon dazu zu gehören, aber dann doch irgendwie so abwegig und anders zu sein, als die Realität. So kann man es vielleicht dann ausdrücken. Also die vom normalen Helden wahrgenommene Realität. Ein Hinweis darauf, dass die Lichtwelt zu dem ganzen Konstrukt dazugehören muss, finde ich, ist ja, dass es Hinweise darauf gibt, dass der Namenloser einwirken konnte in die Lichtwelt. Das heißt, er musste da irgendwie Zugriff haben. Aber mal schauen. Also soweit ich weiß, ist er auch nicht ganz unschuldig daran, dass die Elfen überhaupt nach Dehre gekommen sind. Ja, also es gibt in einem der Elfenromane diesen schönen Satz, das hellste Licht wirft den tiefsten Schatten. Und das waren eben so diese Lichtelfen, die ersten, die aus dem Licht kamen. Und man muss aber auch sagen, dass es irgendwie so zwei Gründungsmythen gibt, die seltsam quer zueinander stehen. Weil es gibt einerseits die Geschichte von Simia, der aus dem Licht trat. Und andererseits gibt es aber da auch noch Namen wie Madaya, Madayas Traum. Oder auch Dagal, der Wahnsinnige, am Thron der Winde. Und also ich konnte für mich nie so richtig auseinander klamüsern, was jetzt vor was passiert ist. Denn einerseits soll Simia der Erste gewesen sein, aber wenn man die Geschichte zumindest in den Romanen weiterverfolgt, kommt dann Madaya eigentlich nie vor. So gesehen müssten Madaya und die anderen davor gewesen sein. Und ja, das ist wieder so diese typische, es ist irgendwie so in der Schwebe. So ein Hände- und Ei-Prinzip auch ein bisschen. Wie es halt mit unserer Welt halt auch ist, wenn man nach der Zeit vor der Zeit fragt, vielleicht. Also so, was war vor dem Urknall? Ja, das ist eine blöde Frage, weil die Zeit existiert erst seit dem Urknall. Da kann nichts davor gewesen sein. denkbar ist es auf jeden Fall, dass es halt so anders ist, diese Lichtwelt, dass da auch dieses Zeit- und Raum-Ding irgendwie komplett verschmilzt und irgendwie nicht wirklich mehr greifbar wird. Ich finde das eigentlich einen ganz schönen Ansatz. so, ne? Ja, also ich denke, man kann die Geschichte der Elfen auch recht deutlich als Sündenfall- Narrativ lesen, weil du hast ja gefragt, was das Licht ist und also so wenig wir über das Licht wissen, ich denke, was klar ist, ist, das Licht ist ein Idealzustand und was man so mitkriegt ist, dass sie da alle irgendwie eins waren, also nicht so geschiedene Persönlichkeiten, aber halt auf eine positive Art und die meisten haben ja auch nichts vermisst in dem Sinne. Aber das ist interessant, weil ich habe einen Podcast gehört vor einiger Zeit, wo genau diese Sache so ein bisschen in Frage gestellt wurde und zwar aus Spielercharaktersicht. Dieses Streben zum Licht hin ist ja in dem Elfen angelegt oder in der Elfischen Weltsicht angelegt und da wurde einfach mal ganz ketzerisch gefragt, ist denn das Licht ein Idealzustand oder wird es nur für einen Idealzustand gehalten? Weil es ist ja auch so weit weg von dem Elfen, der jetzt gespielt wird oder so, vielleicht ist das gar nicht so, wie es ist, weil wir wissen halt nichts darüber und ich finde diesen Ansatz auch sehr, sehr spannend und damit kann man ja auch spielen. Also was wenn du sagst Sündenfall oder so mit den Zweifeln, die man in einem Elfen sehen kann und wie man ihn dann auch wirklich fallen sehen kann, wie sein Idealbild zerbröckelt an der menschlichen Welt und so. Also ich glaube, ich würde an der Aussage mit dem Idealzustand festhalten, aber ich denke, es ist ein Idealzustand, der nicht wieder erreicht werden kann. Also es haben ja verschiedene Elfen versucht, ins Licht zurück zu kehren und das ist mehrere Male ganz schrecklich schief gegangen. Da haben wir zum Beispiel Schlagwort Zug der Sehnenden, die wurden vom Namenlosen in die Irre geführt und es hat ein ganz übles Ende mit ihnen genommen. Genau, der letzte Zug, der ist während der Bauberat-Krise gewesen, wenn ich richtig informiert bin, oder? Also der ist dann aber gar nicht zu Ende geführt worden, weil der Namenlose davor schon reing zwischen gehauen hat. Und in einem der Romane wird auch erwähnt, dass einer von den ersten Elfen, die eben aus dem Lichtraten Aldarin, der der Geliebte von Simia war, den Rückweg auch versperrt hat, weil er gesagt hat, nein, wir sind zu anders, siehe Sündenfall, zu unrein geworden, wir können nicht wieder ins Licht zurück und hat den Zugang auch direkt absichtlich versperrt für diese Rückkehrer. Ist ja dann auch ein interessantes Konzept, mit dem ich bin mir bewusst, dass ich nicht zurückkehren kann. Ich glaube, das habe ich in meinen Elfencharakteren, die ich gespielt habe, ziemlich oft auch dieses Grundthema, weil der Elf muss ja irgendwie erklären, warum er nicht in seiner Sippe ist, sondern in der Heldengruppe und dann taucht das ziemlich oft auf, dieses Thema irgendwie, das ich kann nicht mehr zurückkehren, weil ich zu anders geworden bin, alleine, weil ich mit euch jetzt interagiere. Ich stelle mir vor, dass Elfen Kommunikation mit Menschen auch als unglaublich umständlich empfinden, weil Elfen haben ja quasi das gemeinsame Lied und im Salasandra können sie sich einfach ohne Barrieren miteinander verbinden und Erfahrungen etc. austauschen. Also das passt auch wieder zu diesem Elfen leveln sich schwer, weil das halt nicht ihre Art zu lernen ist. Also sie lernen halt normalerweise nicht, indem ihnen jemand erklärt, ja so und so machst du das, sondern sie verbinden sich quasi geistig mit anderen Elfen ihrer Sippe und können dann diese Erfahrung mehr oder weniger selber erleben und lernen eben auf diese Art und Weise. Da gibt es ja auch einen tollen Auszug aus den Galotta-Romanen, weil Galotta hat ja diese Verbindung, diese innige Verbindung der Elfen ja ausgenutzt, um sie zu manipulieren und abhängig zu machen. Und ich fand das auch damals, als ich die Galotta-Sachen gelesen habe, auch schon sehr, sehr interessant, dass ein Mensch halt die magischen Fähigkeiten so krass ausnutzt und halt in dieses reine Konstrukt dieser Elfen reingeht und dann da total Schindluder mit treibt. die Gutmütigkeit dieser Wesenheiten ausnutzt, das war auf jeden Fall nicht eine sehr, sehr krasse Sache, weil das ja eigentlich ursprünglich gar nicht böse gemeint hatte, weil das einfach nur erforscht. Das ist ja auch was, was man so in den, quasi in den Fußnoten von ganz vielen Zaubersprüchen liest, war unursprünglich ein elfischer Zauber, war gar nicht böse gemeint, aber es haben dann Magie in die Hände gekriegt und die haben ihn so, so, so und so korrumpiert. Die Abwandlung der elfischen Zauber. Ja, die gängigsten Zauber sind ja eigentlich, also die Haus- und Hofzauber, die fast jeder Magier mit sich rumtragt, sind ja fast alle elfischen Ursprungs. Also der Flimflam, Bann-Balladin, Balsam, Salabunde, das kommt alles aus der elfischen Hand. Aber vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz beim Ursprung, auch wenn man den nicht richtig passen kann. Du hast ja gerade schon drei Namen ins Rennen geschmissen. Simia haben wir jetzt ja gerade schon ein bisschen erlebt, als den, der unwahrscheinlich der erste war, der irgendwie rausgekommen ist aus diesem Licht, sich manifestiert hat irgendwie auf Dere und damit halt sich schon getrennt hat irgendwie vom Licht. Und dann gab es dann noch diese anderen beiden, von denen man weniger hört. Also Madaya hat man hin und wieder auch schon gehört und tauchen ja auch in der Sternträger Kampagne, wird diese Entität ja auch sehr wichtig. Und von Dargal hört man eigentlich nur, wenn man wirklich sucht, glaube ich. Oder man hat die Simiala Kampagne gespielt. Ja, also ich weiß nicht, ob Dargal jenseits der Simiala Kampagne überhaupt eine besonders große Rolle spielt. Also in der Kampagne können die Helden ihm begegnen und das ist eine wunderschöne Szene, die rollenspielerisch aber überhaupt nicht zu Ende gedacht ist. Also das wäre in einem Film total cool, aber das zu spielen ist extrem schwierig. Kann eigentlich so nicht funktionieren. Und dabei kommen sie dann quasi auf die Erkenntnis, was Dargal wirklich ist, also was sein wahrer Name ist und seine Natur und das brauchen sie quasi für den weiteren Verlauf der Kampagne und das ist wie Licht und Traum, es ist sehr schwer zu erfassen und passt deswegen nicht mehr so gut zu dem Medium Spiel. Also wäre es mehr eine erzählerische Sache eigentlich, mehr scripted vom Meister zu handhaben. In der praktischen Sicht und Weise, sage ich mal, oder? Ja, absolut. Also da wird so ein Fragenkatalog an die Hand gegeben. Wenn ihre Helden das fragen, dann erzählen sie folgende Szene. Aber das setzt halt schon mal voraus, dass die Helden fragen und dass sie wissen, was sie fragen sollen. Die Frage war falsch. Also mein Tipp ist tatsächlich so sehr ich fürs offene Spielen und fürs Sandbox bin, es gibt einfach Teile von geschriebenen Kampagnen oder Abenteuern oder Spielen, die man als Meister einfach mehr wie eben einen Film abspulen oder wie eine Erzählweise ein bisschen die Spiele an die Hand nimmt, sie lang führt und dann ein wenig den Erzähler, wortwörtlich Erzähler spielt und das abhandelt, weil Dinge sonst einfach keinen Sinn ergeben, gerade in geschriebenen Abenteuern. In meinen eigenen Abenteuern kann ich ja handeln, wie ich möchte, da kann ich vielleicht noch flexibel abweichen, aber in geschriebenen Abenteuern, wenn sie irgendwo noch Sinn am Ende ergeben sollen und man nicht komplett abweichen oder raus sein will oder das Abenteuer umschreiben will, gibt es einfach, ist mir immer wieder begegnet beim Lesen Teile, wo ich mir denke, da kann ich keine offenen Handlungen zulassen und schon gar nicht den Spielern die Wahl, nur so als praktische Variante. Ja, also ich denke, da merkt man bis zu einem gewissen Grad auch die Weiterentwicklung des Mediums, also Simiala war ja glaube ich ursprünglich für DSA 3, würde für DSA 4 angepasst, wobei man in der Version schon teilweise so an den Stat-Blocks merkt, oh, das ist kein genuines DSA 4 und naja, mittlerweile sind wir noch eine Edition weiter und ganz stark merkt man es ja an der Gliederung, also moderne Abenteuer sind viel besser gegliedert, als das jetzt in der Simiala-Kampagne zum Beispiel noch der Fall ist und ich glaube, man hat auch an einigen Punkten verstanden, dass manche Sachen toll wären, aber vielleicht als Rollenspiel nicht so gut funktionieren. Aber würdest du die Simiala-Kampagne einer Gruppe empfehlen, wo der Meister auch vielleicht ein bisschen Erfahrung hat, auch ein bisschen Vorwissen die zu spielen, wenn man ein bisschen mehr sich mit Elfen auseinandersetzen möchte in Aventurien? Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Voraussetzung. Also ich habe das mit einer Gruppe begonnen, die eher so mit den Schultern gezuckt haben und gemeint haben, ja, Elfen ist schon okay. Aber ich glaube, wenn die Gruppe da wirklich Lust drauf hat und ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Wenn, wenn die Spielleitung schon ein bisschen erfahrener ist, dann kann man da bestimmt auch heute noch was Tolles draus machen. Und also wir hatten auch Freude mit der Kampagne, aber so im Rückblick sehe ich halt auch stark die Probleme, die das mit sich bringt. Ja, oder weil man es nicht schafft, die Spielercharaktere mit dem Plot zu verweben. Das ist gerade, glaube ich, in der Semieler Kampagne aber auch unglaublich schwierig, das zu machen, wenn man nicht spezielle Charaktere hat, die genau in diese Nische reinkommen, weil die, weil der Plot irgendwann halt abdriftet in eine Sphäre, wo man halt auch rein wollen muss, so. Wenn man das nicht will, dann wirkt es halt ein bisschen gezwungen. Ja, also ich finde das erste Abenteuer sehr gelungen, das würde ich jedem empfehlen, das ist eine überschaubare Sache, das ist vernünftig strukturiert und kann man gut spielen, aber wenn man dann weitergeht, dann sieht man auch, dass halt verschiedene Teile der Kampagne sehr unterschiedliche Anforderungen haben. Also der Punin-Teil ist ein Stadtabenteuer mit Intrige und sonst was und wenn man jetzt sagt, okay, wir spielen eine Elfen-Kampagne, du solltest vielleicht wenigstens einen Elfen dabei haben und vielleicht noch einen Halb-Elfen oder sowas, die sind dann in diesem doch sehr langen Stadtteil möglicherweise verloren, wo es dann um harte Quellen-Recherche in der Bibliothek geht in weiten Teilen, während gleichzeitig halt verschiedene Fraktionen mit ihren verschiedenen Interessen an der Gruppe zerren und naja, vielleicht hat man dann irgendeinen Gelehrten oder Social-Charakter, der da glücklich wird und dann kommt der Wildnis-Teil und dann sind die wieder für ganz lange Zeit ziemlich raus, weil sie mit ihren Fähigkeiten nicht mehr viel machen können. Ja, das ist die Herausforderung in den Kampagnen oder Szenen- oder Ortswechseln, wo ein Wildniskundiger oder jemand, der in der Wildnis sich wohlfühlt, in der Stadt einfach aufgeschmissen ist und sich einfach langweilt und ein Städtemensch dann in der Wildnis ja vielleicht am Anfang noch die Herausforderung, die Neugier hat, aber auch schnell nicht viel ausrichten kann und Was wäre denn für euch, wenn ihr sagt, okay, ich spiele jetzt eine Kampagne, die mit Elfen zu tun hat, also mir fallen jetzt drei Stück ein, also die Semiana-Kampagne, die Phileas-Song-Kampagne und die Sternenträger-Kampagne, gibt bestimmt noch noch mehr, aber das sind wohl glaube ich die drei großen. Ich glaube große Elfen-Kampagnen gibt es nicht. Das sind schon ziemlich viele, oder? Ich meine Phileas-Song ist eine Hausnummer. Also ich denke, das Ganze muss irgendwie geerdet sein. Also das ist der Vorteil, den ich am Anfang von Phileas-Song sehe, dass man eben mit diesem am Anfang noch ja profanen Wettrennen zwischen diesen beiden Kapitänen etwas durchaus Bodenständiges hat, wo das Ganze dann noch nicht so abhebt, aber ich glaube in den späteren Teilen hat man dann das Problem, dass das sozusagen nicht das ist, wofür die SpielerInnen unterschrieben haben. Also das wird dann eine völlig andere Kampagne und dann stellen sie möglicherweise fest, dass das nicht das ist, was sie wollten. Und ich habe das Sternträger angekreidet, dass diese Erdung in der Kampagne eben von Anfang an fehlt. Genau, also es fehlt so ein bisschen, also bei der Sternträger, wenn man es durchblättert, also es hat gleiche Probleme wie Phileason am Ende, nicht einmal diesen Zuschaueraspekt, der ganz oft vorkommt, dass halt die Helden auch da sind, aber eben nicht im Zentrum der Geschichte stehen. Und gleichzeitig, dass es um Dinge geht, die eigentlich mit der Realität in Dere erst mal nicht verknüpft scheinen, obwohl es am Ende hinten raus wieder ganz episch relevant wird. Aber bis dahin muss es auch erst mal kommen. Ja, und ich glaube, das kann ganz schön zäh werden. Also ich beobachte das bei Team T-Krug, die sind wild entschlossen, sie werden diese Kampagne durchspielen, aber zwischendurch merkt man schon, dass sie jetzt genervt sind und dass ihnen irgendwie zu viel das Elfischen wird. Das Elfische hat ja auch, das klingt ja, schwingt ja immer mit, auch eben, dass das Bodenstinge nicht da ist, also viel Philosophisches und nicht jeder kann, glaube ich, sich über einen längeren Zeitraum auf einer philosophischen Ebene mit philosophischen Dingen auseinandersetzen. Ich glaube, es ist sogar noch komplizierter. Ich glaube, es ist eine philosophische Ebene da, die gebrochen ist und in den Elfen, mit denen man jetzt kommunizieren kann, eben man stößt auf diese gebrochene Barriere und kann gar nicht in dieses philosophische Hoch gehen, weil man vorher runtergeholt wird ständig, weil da soll man ja nicht hin zu diesen hochelfischen Wurzeln. Und wenn man dann doch hinkommt, dann ist es so anders als das, was man weiß und kennt von den Elfen, dass man das nicht zusammenkriegt. Jetzt sollten wir ganz konkret schauen, was Leute an Elfen nervt. Also bei mir ist es so, ich finde Elfen in der Theorie total cool, also ich fand ja auch aus Licht und Traum total spannend, aber mittlerweile sehe ich so viele Probleme, dass ich nicht weiß, ob ich nochmal einen elfischen Charakter spielen würde. Und das eine, was Leute an Elfen nicht leiden können, ist dieses Überhebliche, das durchaus verständlich ist, weil wenn man halt hier einen Charakter hat, der was weiß ich schon 300 Jahre alt ist und weiß Gott was gesehen hat, dann sagt er natürlich ja okay, meine Mitreisenden sind kleine Kinder und ich kann nicht nur so halb ernst nehmen, aber auf der anderen Seite haben elfische Charaktere auch teilweise dieses naiv Kindliche, wo wir bisher noch nicht so drüber geredet haben, weil halt diese menschliche Welt für sie sehr, sehr fremd ist und dann da sehe ich so das Problem, dass das einmal vielleicht cool ist, also wenn der elfische Charakter nicht weiß, was Geld ist oder bei einem Marktstand einen Apfel mitgehen lässt und das halt normal findet, das ist einmal eine schöne Szene, aber das hört ja dann nicht auf, also der hat ja deswegen seinen Nachteil nicht weggekauft oder so und wenn er das konsequent weitermacht, dann wird es leicht repetitiv, weil halt alle denken, boah, jetzt der elf schon wieder, können wir bitte mit dem Plot weitermachen. Klingt aber problematisch, ich meine, was will mir jemand, der es nicht mal schafft, sich ein Brötchen zu kaufen, was vom Sinn des Lebens erzählt. Ja, genau. Der Sinn des Lebens für den Elfen ist ja auch was von völlig anderes, als was für den Menschen relevant Sinn des Lebens sein könnte. Das ist so weit weg, allein schon durch die Lebensspanne, die hast du ja auch schon nochmal angesprochen. Ja, aber die ist im Kontext Sinn des Lebens auch sehr wichtig, weil es ist ja gar nicht so, dass die SA-Elfen schrecklich alt werden, sondern die SA-Elfen leben ja exakt so lange, bis sie ihren Lebenssinn erfüllt haben. Und es kann auch sein, dass die mit zehn Jahren schon ihren Lebenssinn erfüllt haben, weil das kann irgendwas sein, was einen Menschen überhaupt nicht einleuchten würde, wie keine Ahnung, diesen vollkommenen Schmetterling sehen und sterben. Auch das ist für einen Elfen ein Lebenssinn. Das wäre auch mal eine interessante Sache, dass man, wenn man Elfen spielt, man bei der Charakterstellung sein Ziel aufschreibt und wenn es dann irgendwie random in einem Abenteuer passiert, einfach stirbt. Oder, dass es natürlich der Meister weiß. Das sowieso, klar. Ich stelle mir das gerade sehr, sehr ulkig vor. Einmal Gareth sehen, zack. Da hatten wir einmal eine richtig schöne Szene in Signala, weil da stirbt von den NSC-Begleitern einer eben vor der großen Endschlacht, weil seine Aufgabe erfüllt ist. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt dieser Kultur. Das ist nichts Schlimmes. Also, wenn ein Elf so der verlässt, muss man den eigentlich nicht betrauern, weil, naja, er hat alles erreicht, was er erreichen wollte, ist glücklich von uns gegangen. Das Schlimme ist es quasi nur, wenn so eine Biografie durchbrochen wird, bevor man eben seinen Lebenssinn erreichen kann. Das sieht man ganz stark in der Filiasson-Kampagne auch an dem NSC, an Lailat, die Wüstenelfin, die ausgeschickt wird, um das Schwärzle Fanatil zurückzuholen, eines der magischen Artefakte von Orima von Orima und daran scheitert, weil der Mensch, der das Schwert inzwischen hat, sie besiegt im Kampf und dass sie dann trotzdem als Geist, als Nachtalb zurückkehrt und sich versucht, wieder zurück ins Leben zu kämpfen, um dieses Schwert immer noch zu suchen und zurückzubringen, weil es ihre Lebensaufgabe ist. Ihr kommt ja auch in der Sternenträger Kampagne wieder, das fand ich sehr schön, auch wenn ich jetzt keine tiefergehenden Kenntnisse der Phileason habe, aber ich habe dann jemanden gefragt, der die Phileason Kampagne gespielt hatte, ob er mir irgendwie mehr zu der erzählen kann, weil ich müsste die ja darstellen, so als Spielleitung dann, und der sagte, hä, wer, da waren viele Elfen und also, das ist gar nicht böse gemeint, aber da sieht man wieder diese Elfenverdrossenheit, die sich in der Phileason gerne ab einem gewissen Punkt einstellt. Also ich war als Spielleiter sofort fasziniert von dieser Figur, als ich die gelesen habe in der Kampagne. Ich habe sie auch einer Spielerin gegeben, die später zur Gruppe dazugestoßen ist, die hat dann den Nachtalb gespielt, das ist dann natürlich auch nochmal was ganz anderes, aber das kann man halt auch nicht immer machen und ich kann auch verstehen, dass man diese Figur komplett weglässt oder halt ganz schnell abhandelt, weil es halt wieder so eine Geschichte, denen die Helden folgen, wo sie aber eigentlich auch wieder nicht im Mittelpunkt stehen. Das ist halt irgendwie der Geist, also die Helden suchen das Schwert und der Geist sucht das Schwert auch, so und dann tauchen die irgendwie, irgendwann kommen sie zusammen und aber die Geschichte hinter dem Geist irgendwie zu verfolgen, das müssen die Helden halt auch wissen und wollen. Das ist ganz oft auch in der Phileas und Kampagne so, dass Dinge passieren oder stattfinden und die Helden da überhaupt nichts von mitbekommen. Also Achtung, Spoiler-Alarm, es bricht ja in einem Abenteuer der Phileas und Kampagne eine furchtbare Seuche aus und die Helden bekämpfen diese Seuche und finden dann raus, die ist dämonisch, ein Ursprungs, blablabla, aber sie kriegen niemals mit, warum diese Seuche eigentlich da ausbricht, wo sie ausbricht und dass die Helden selbst der Grund dafür sind, dass sie ausbricht. Das kriegen die nicht mit und dann, das ist so unbefriedigend, weil du liest es als Spielleiter und du weißt genau, das wirst du nicht erzählen können, aber es gehört als Geschichte mit dazu. Aber das ist irgendwie schade, dass man es als Spieler nicht mitkriegt. Ja, man sollte meinen, man hätte daraus gelernt, aber die Sternenträger Kampagne ist ganz genauso. Also da wird am Anfang relativ kurz und nicht so spektakulär ein großer Bösewicht vorgestellt und als Spielleitung kann man durch alle folgenden Kampagnen Teile verfolgen, wie dieser Bösewicht im Hintergrund Strippen zieht und man weiß genau, die Gruppe hat nicht die leiseste Chance davon irgendwas mitzukriegen und wenn er dann am Schluss nochmal auftaucht, wirkt es völlig random. Aber abseits der Kampagnen interessiert mich ja auch, wo kommen denn diese verschiedenen Elfenvölker her? Also der Simia tritt aus dem Licht, soweit haben wir eben erzählt und dann gibt es danach, also das ist ein, dann gibt es ja schon Probleme, wie man die Leute bezeichnet, das ist ein Lichtelf, der Simia. In dem Moment, wo er aus dem Lichtelf tritt, nicht mehr. Nicht mehr, siehst du, das ist schon das große Problem. Also dann ist der ein Lichtelf, der real geworden ist, quasi. Einer der Ersten oder so was. Ich suche gerade so einen Begriff dafür, weil von ihm abstammend sind, sind Elfen, die auf Dere geboren worden sind. Also es gibt da auch einen Begriff, ich glaube, der Begriff ist Astar, das sind quasi die, die aus dem Licht getreten sind, aber noch keine Hochelfen sind. Man muss sich das so vorstellen, nachdem Simia aus dem Licht getreten ist, war da erstmal noch dieser Schutzraum, der dem Licht noch sehr nahe war. und da kommt dann die Versuchung vielleicht durch den Namenlosen ins Spiel. Also es wird angedeutet, dass Simia mit jemandem gesprochen hat, und zwar ist das ein mächtiger freier Dämon, Twellwarn der Wanderer, der ist im neuen Pandemonikum auch beschrieben, da haben sie noch ein bisschen mehr Infos über ihn rausgerückt, aber so richtig festnageln lässt er sich nicht. Also es ist klar, es ist eine freie mächtige Entität mit einer eigenen Agenda, die sich phasenweise auch mal mit dem Namenlosen assoziiert hat, aber es ist sicherlich kein Untergebener, sondern wenn dann ein wankelmütiger Verbündeter. Und der hat eben mit Simia gesprochen und ihn sozusagen hinausgelockt in die Welt, aller, ja, geh doch ein bisschen weiter, schau dir das doch an. Und Simia war relativ begeistert von der Welt und hat dann eben ihm in die Welt hinaus zu folgen und hat dann eigentlich fast schon mehr oder weniger gleich seinen Eroberungsfeldzug begonnen. Denn diese Berge, die Salamandra, die waren nicht unbewohnt, sondern da gab es zu diesem Zeitpunkt schon Goblins und Orks. Und ja, sagen wir mal so, es wird mehr oder weniger als Kommunikationsprobleme dargestellt, so diese Ersten, dieses Erste Aufeinandertreffen. Aber nachdem es halt dazu kam, dass diese Völker, die schon da waren, zum ersten Mal eine Elfe getötet haben, das war für die anderen so unvorstellbar, dass so was passieren könnte, weil die kannten ja keinen Tod, dass sie da, sagen wir mal, sehr extrem reagiert haben und naja, mehr oder Und auch sehr mächtig waren. Ja, ja, total overpowered und wenn man dann den Goblin daneben stellt und ja, die haben die quasi vernichtet und aus diesen Bergen getrieben. Und dann kommt irgendwann der Step ein Step weiter in die Hochelfen, weil dann diese Elfen eine Kultur beginnen. Ja, also sie beginnen erst mal sich fortzupflanzen, das ist ja auch nicht, selbstverständlich. Das ist quasi so inspiriert von diese Völker, die da schon da waren, die haben sich fortgepflanzt und naja, die Hochelfen, die ja da noch keine Hochelfen waren, haben halt festgestellt, ja, die sind ganz schön viele und wir sind ganz schön weniger, vielleicht sollten wir das auch tun. Also das ist dann so geframed, die Göttin Nurti, also die Lebensgöttin, hat sich Simir offenbart und ab da fingen die halt an, auch Kinder zu haben und diese Kinder nannte man dann die Hochelfen und die Eltern, die erst mal keine Hochelfen waren, haben dann diesen Begriff quasi auch angenommen. Genau, ja, und die sind aber auch noch total überpowert eigentlich von ihrem, von dem Machtwerk, wenn man den Vergleich mal zieht mit den heutigen Elfen, mächtige Wesen, wobei, je nachdem, was man liest, kann man auch sagen, irgendwie die, ein paar von diesen aus dem Licht getretenen haben ja später auch Götterstatus bekommen, Simir hat Götterstatus bekommen, Orima hat Gottesstatus bekommen und, aber irgendwie sind sie trotzdem Manche wollten den Götterstatus haben. Genau, irgendwie sind sie dann doch fast alle verschüttet gegangen und heute von diesen ursprünglich raus im Licht getretenen gibt es in Aventurien glaube ich nur noch eine, oder? Aldarin ist noch da, der wird erwähnt im Kontext der Schlacht am Lorzul, das ist so kurz vor oder kurz nach Borbarat, also schon noch einigermaßen Gegenwart, der ist noch da, aber er redet wohl nicht so gern mit Leuten, also der macht nicht so viel, aber der ist noch irgendwie da und dann haben wir noch Niam gehört nicht zur ersten Generation, oder? Das ist eine Hochelfe, glaube ich, ne? Ich bin mir gerade auch unsicher, müssten wir nachgucken. Also ich weiß, dass sie irgendwo mal als Lichtelfe bezeichnet wird, aber ich habe mich nicht genug mit ihr beschäftigt, dass ich das jetzt verifizieren könnte, also mich hat das beim Lesen erstmal irritiert, weiß ich nicht, also Niam Goldhaar ist auf jeden Fall auch eine, die schon sehr, sehr lange da ist. Ja und Achtung Spoiler, am Ende der Sternträger-Kampagne kehrt auch jemand zurück, wenn alles richtig läuft. Ja und also Ich sag mehr, jetzt sag Spoiler. Nein, spiel es. Ja und Simir und Orima sind ja im Endeffekt der Beweis dafür, dass die Magierphilosophie richtig liegt, auch wenn die wieder aus einer anderen Richtung kommen, das ist so der Gedanke, dass eine Wesenheit nur mächtig genug werden muss, um eben Götterstatus anzunehmen. Ja und Simir und Orima scheinen das zu belegen, wobei auch das durch neuere Quellen stark verunklärt wird, sodass es, ja also da wird es dann, also was sie in Simiala eigentlich so als den großen Reveal aufgebaut haben, das wird dann wieder so ein bisschen zurückgenommen, indem man sagt, ja also Simia ist nicht der Gott, die Göttin Simia, sondern fühlte irgendwie die Nähe dieses Wesens und hat deswegen sich das als Namen ausgesucht oder so und auch bei Orima wird gesagt, dass sie schon irgendwie eine Göttin ist, aber jetzt nicht so vergleichbar mit dem, was man jetzt von den heutigen Göttern kennt. Also es ist irgendwie so nichts ganzes. Genau, das kann natürlich auch sein, weil das so im Grauen ist, weil halt auch tausend Leute da noch rumgeschrieben haben. Ist ja auch immer das Problem bei DSA, öfters schon mal. Aber ich finde, dass das mythische bleibt, ist ja auch kein großes Problem. Ja, dann haben wir diese hochelfische Hochkultur, die dann halt auf Goblins und Orks und erste Menschen irgendwann auch trifft und die dann aber auch, da gibt es eine schöne Beschreibung in den Padona-Büchern, wenn ihr die lesen wollt. Padona auch eine Hochelfe? Ja, so halb. Sie stammt eigentlich nicht davon ab. Ja, und wir sollten nicht vergessen, Echsen, Drachen. Ja, genau, Drachen, die waren noch groß in dem Zeitalter. Worauf ich hinaus wollte in dem Padona-Roman, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, wie ich Hochelfen darstellen kann, gibt es so ein paar Szenen, wo sie so ein bisschen wie Aliens beschrieben werden, also diese typische Thrope von Alien-Filmen, wo Aliens Menschen entführen und ins Ufo hochbeamen und dann Experimente an denen machen oder die in ein Zoo stecken oder so. Und genauso werden da Handlungsweisen von Hochelfen beschrieben gegenüber von Menschen. Das dachte ich mir so, ja, das hat schon Sinn irgendwie. Also im Jala, also tatsächlich jetzt in der Stadt im Jala, habe ich versucht, das Ganze so großstadtmäßig darzustellen. Also schon aus Pflanzen und so, aber halt so mit diesen Straßenschluchten und um so eben zu zeigen, wie groß der Unterschied zu, naja, jetzt so einem kleinen Elfensippendorf aus der Jetzt-Zeit ist. Ja, da habe ich auch mal Probleme mitgehabt mit der Darstellung dieser hochelfischen Kultursachen, weil die Karten, die man dann an die Hand bekommt, sind dann doch für mich ein bisschen zu klein, um das mal mit irgendwie Karten von Gareth zu vergleichen oder so. Also bei Gareth weiß jeder Spieler, okay, das ist eine Riesenstadt. Bei Tishiana guckst du auf die Karte und denkst dir so, hm, ja, ist schon groß, aber ja gut. Ja, hatte früher ja auch gar keine Karte, vielleicht aus gutem Grund. Ja. Ja gut, dann haben wir die Hochelfen und was ist dann mit denen passiert, dass wir jetzt keine Hochelfen mehr haben? Oder haben wir überhaupt noch Hochelfen? Haben wir Hochelfen? Aber hoch hinaus fällt auch tief. Genau, so kann man es zusammenfassen, ja. Aber sie sind gefallen durch den Einfluss, das heißt Einfluss, durch den Krieg gegen den Namenlosen. Da haben einige mitgewirkt an dem Fall, Drachen zum Beispiel, aber ich denke, der Namenlose ist der ursprüngliche Strippenzieher hinter dem Fall der Hochelfen. Ja, also man darf ja auch nicht vergessen, dass Pyrdachor der Drache das Namenlosen war, auch wenn er seinen Herrn verraten hat. Also die Stoßrichtung ist schon immer noch da. Und ja, wie das eigentlich mit Padona zustande kam, in diesen Schlachten gegen die Orks kam es dazu, dass die einzige Tochter von Urima mit dem Sternenmal getötet wurde. Und die Mutter hat diesen Verlust sehr, sehr schlecht weggesteckt und war deswegen relativ dafür empfänglich, mit Pyrdachor gemeinsam dieses künstliche Wesen in einem der Kessel der Urkräfte zu erschaffen, das dann eben später Padona war. Also das war so von Seiten Orimas so ein bisschen ihre Ersatztochter, aber auch das ist ja sehr, sehr übel ausgegangen. Denn aus Pyrdachors Perspektive war das keine Ersatztochter für Orima, sondern naja, ein Werkzeug, eine Waffe, um die Hochelfen unter seine Kontrolle zu kriegen. Und ja, das führte ja dann letztlich auch zum Fall des Himmelsturms, der ja auch ein Meisterwerk hochelfischer Baukunst und Kultur war. Und ja, ich glaube so das erste große Highlight in der Phileas Sonsaga ist, oder? Genau, richtig. Und auch das erste große, wo man dann halt denkt, okay, es hat was mit Elfen zu tun, was wir hier machen. Ja, und in der Sternträger-Kampagne, da wird ja dann die Schlacht um die Morgen Sternfestung Schia-Dur irgendwann thematisiert, wo es dann eben tatsächlich gegen die namenlosen Horden aus dem Osten ging. Und Fun Fact, der uralte Zwist zwischen Orks, äh, ja nicht Orks, zwischen Zwergen und Elfen ist halt hier auch angelegt, bei den Hochelfen schon, denn unter den Truppen des Namenlosen befanden sich auch Zwerge. Das heißt, die haben dafür gesorgt, was du jetzt die Elfen, ja. Umso schöner, umso besonderer bleibt es, wenn man in der Gruppe dann doch auf den Elf und den Zwerg trifft, die sich anfreunden. Der Klassiker, oder? Ja, so gut. Und es ist ja auch nicht so, so immer in die gleiche Richtung, also es gibt auch diese Geschichte, dass, dass Simia den Sternenstein, das Geschenk der Göttin Nurti, aufgrund einer Vision einem Zwergenvolk anvertraut hätte. Es soll in der Nähe von Simiana passiert sein und aus dieser Zwergensippe wurden dann die späteren Brillantzwerge, die tatsächlich nach dem Sternenstein benannt sind. Ein Lieblingsvolk. Genau, das wäre dann das Abenteuer Bruggers Blut, wo es dann um diesen Sternenstein geht. Und es gibt eben die Erzählung, dass dieser Stein von Simia gekommen wäre und er quasi dieses Juwel aus seiner Krone genommen und den Zwergen anvertraut hat, bevor er dann selber in den Tod gegangen ist. Ja, auf jeden Fall haben es die Hochelfen nicht überlebt, größtenteils, sondern sind in alle Himmelsrichtungen verstreut wurden und ich habe eben nicht umsonst einfach so mal ketzerisch gefragt, gibt es heute noch Hochelfen? Wir waren uns ja eben bei Niam auch nicht eins, ob es noch eine Hochelfe ist oder schon eine Lichtelfe war. Es gibt noch die Elfen, vielleicht die nachfahrende Hochelfen sein könnten auf den Inseln im Nebel. Das ist eine Globule, die entrückt ist, wo sich die Elfen versteckt haben vor dem Namenlosen. Und die könnte man vielleicht noch als hochelfische Kultur bezeichnen. Oder? Ja, und da müssen wir auf jeden Fall auch ihren König erwähnen, nämlich Fenvarien. Und ich möchte das mal erwähnen, weil wir ja auch über das mit der langen Lebensspanne geredet haben. Ich finde es unglaublich krass, dass dieses Volk, das ja doch so lange existiert hat, in der ganzen Zeit seiner Existenz genau drei Herrscher hatte. Simia, Orima und Fenvarien. Und das ist schon wow, wenn man sich diese Zeitspanne anschaut. Also das ist die kürzeste Herrscherreihe. Und an Fenvarien zeigt sich auch, wie der Einfluss des elfischen Seins halt auf das Volk auch übergeht. Fenvarien wird auch angegriffen vom Namenlosen und auch gefangen und gefoltert und seine Seele irgendwie zerbricht oder er wird verrückt. Und kriegt das nicht mehr ganz richtig mit alles. Und gleichzeitig passiert das Gleiche mit seinem Volk. Und Fenvariens Volk. Und das ist eine der Stropes am Ende der Phileas und Saga, dass man diesen König finden soll und dann diese Sachen zusammenbringt. Dass der zersplitterte König das zersplitterte Volk darstellt. Da sehe ich so ein bisschen mittelalterliche Vorstellungen von Königs Heil darin. Dass der Körper und sein König eben mehr ist als nur ein Herrscher, sondern dass er zum Beispiel sehr persönlich verantwortlich ist, wenn es Missernten gibt oder so und so eben mit dem Land verbunden ist. Ja, auf jeden Fall sind die zersplitterten Gruppierungen, die letzten Flüchtlinge überall auf Aventurien verstreut, irgendwo unter dem Radar vor den Truppen des Namenlosen geflohen und hier kann man sagen, ist der Beginn der jetzigen Elfenvölker, würde ich sagen. Die entsprechend natürlich ihren Bedingungen oder Lebensbedingungen dann sich entwickelt haben. Oben hoch im Eis sind die Firnelfen in den ursprünglichen Gebieten, wo die Lichtelfen aus dem Licht getreten sind, in den Salamandersteinen sind die Waldelfen, die von dem ganzen Konflikt fast nichts mitbekommen haben, die auch nie wirklich zu dieser hochelfischen Kultur waren. Das sind die einzigen, die nicht dabei waren. Ja, dann die also die Firnelfen sind ja quasi die Extremisten, die sich selbst geißeln und in Askese leben, um eben diesen Fehler nie wieder zu begehen, wie sie halt damals auf Padona hereingefallen sind und ihre süßen Worte. Also die könnten ja mit ihrer Magie und so in sehr viel größerem Komfort leben, aber genau dem misstrauen sie eben. Genau, dann die Waldelfen haben mit den Hochelfen wenig zu tun, die haben sind so parallel gewesen, was auch interessant ist dann irgendwie zu spielen, weil die haben diesen Sündenfall halt passiv nur mitbekommen, weil eigentlich sind sie das reine Elfenvolk ja noch und so behandeln sie sich ja auch. Und dann haben wir die Au-Elfen, die Elfen mit dem meisten Menschenkontakt in den Wäldern und Auen im Mittelreich, ganz so viel unterwegs und genau, das sind die drei großen Völker, die es jetzt gibt. Steppenelfen sind glaube ich so ein Abkömmling der Au-Elfen und dann jetzt mit der neuen Kom-Spielhilfe kommen noch die Wüstenelfen wieder dazu, die eigentlich nur dazu da sind, Tishiana zu bewachen eigentlich. Aber dem Dach wären ja eigentlich so als erster Einstieg oder Zugang ja die Au-Elfen im Prinzip wenn man Elfen spielen will, oder? Ja, absolut. Also das sind die, die noch am Menschen nähersten sind und deswegen noch am einfachsten zu spielen. Also wir schreiben auch Tauschhandel und so, das heißt, da kann man auch leicht sagen, ja, also du bist jetzt nicht der erste Mensch, dem ein Elf begegnet. Was wäre denn Stufe zwei, Waldelf oder Firnelf? Beides auf seine Art Extrem, ne? Ja. Beide gehen dann in die extreme Richtung. Die Waldelfen, die eigentlich gar keinen Kontakt haben und eigentlich komplett in der Natur versinken. Also ich würde, ja, Firnelfen eigentlich komplett ja auch sehr, sehr hartes Volk, was natürlich auch unter harten Bedingungen wohnt. Ich würde es ein bisschen davon abhängig machen, wo die Vorlieben des Spielers oder der Spielerin sind. Also Firnelfen würden eher so richtige Fanatiker, wie Cemba eben auch schon gesagt hat. und die sehten kann man ein bisschen Bezug dazu finden. Ja, oder halt irgendwie kommt dann mal drauf an, wo die Abenteuer spielen. Wenn dann genau irgendwas Nördliches hat, dann kann man durchaus Firnelfen da mit reinbauen. Oder jetzt in der Wüste eben die Wüsterelfen. Ja, ich weiß, so genau habe ich es mir noch nicht durchgelesen, die ist ja auch noch nicht offiziell raus, sind ja nur die Vorab-Versionen von dem Ding da. Spielbar werden die wohl, aber ich finde es ein bisschen komisch, weil auch es in jeder Publikation bis jetzt als sterbendes Volk beschrieben wird, also als krass sterbendes Volk. Leilat, die als Wüsterelfe vorkam, zum Beispiel war die, war eine von den jüngsten Elfen und danach das Grundproblem dieses Stammes, wo sie herstammt, ist aber auch, dass keine Nachkommen mehr kommen, die zeugen halt keine mehr und bewachen halt einfach diese Wüstenstadt und da noch einen Grund zu finden, jemanden loszuschicken in ein Heldendasein, ist schon grenzwertig. Ja, da ist dann die Frage nach der Abenteuermotivation, also in sehr spezifischen Abenteuern halt in der Region, die vielleicht sogar irgendwas mit dem Schutz dieser Städten zu tun haben, ja, sicher, aber so, naja, in der Breite wahrscheinlich eher nicht. Also für den Anfänger gerne, weil, Au-Elfen, die kann man auch als klassischer Legolas-Elf ganz gut spielen, finde ich. Um sich so ein bisschen in Aventurien zu orientieren, nicht ganz so der Gruppe auf Keks zu gehen und sich tiefer und tiefer rein zu vergraben. Also man hört es ja schon, die Geschichte der Elfen ist wirklich hochspannend, auch viel, viel darüber, also ich sage mal, einiges mehr zu lesen, als glaube ich, dass zum Beispiel die Wesen oder ähnliches also an Literatur einfach vorhanden, wo man wirklich ein bisschen mehr an die Hand bekommt. Ja, das quatschen wir schon ganz, ganz, ganz lange, viel länger, als wir uns eigentlich vorgenommen haben. und wir könnten noch so viel mehr erzählen über die Elfen. Ich würde einfach mal eine Challenge ausrufen an euch da draußen, die ihr zuhört. Was interessiert denn euch noch an Elfen? Schlagt mal ein Thema vor, was mit den Elfen zu tun hat? Welchen Aspekt der Elfen würdet ihr ganz gerne nochmal beleuchten? Und vielleicht kriegen wir Cembael nochmal motiviert und dann über diese Aspekte nochmal mit uns zu quatschen und dann nochmal ins Detail zu gehen. Ich fände das spannend, weil da gibt es noch unzählige Sachen, die man irgendwie erklären könnte. Wir haben ja jetzt ziemlich wirr rechts und links von der Straße Sachen aufgelesen und ich glaube, ich werde vor dir in diesem Podcast auch noch einen dicken Spoiler warnen. Ja, drei Kampagnen. Aber man kann ja auch nicht, man kann auch nicht so richtig darüber quatschen, ohne, ohne das zu erwähnen. Ja, zumal die drei Kampagnen dazu gehören. Wobei ich umgekehrt also immer wieder oder immer öfter zum Entschluss komme, Phileas und Saga Bücher holen, lesen, aber nicht unbedingt spielen, weil es in meinen Augen, gerade in DSA 5, viele, viele tolle, spannende Abenteuer und Geschichten gibt, die man aus Spielersicht und als Meistersicht erzählen kann und die Phileas und Saga vielleicht doch lieber liest. Ja, würde ich mich, glaube ich, anschließen. Ja, cool. Spoiler Tag, da habe ich nicht vergessen, mache ich auf jeden Fall. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr mit mir über die Elfen gequatscht habt. Das war mir ein Anliegen. Ich finde Elfen cool. Ich würde auch jederzeit wieder Elfen spielen, auch wenn sie schwierig sind. Ich spiele leider viel zu selten. Lasst euch nicht abschrecken davon, was ihr so gehört habt, sondern seht es als Motivation, Elfen zu spielen, auszuprobieren und zu machen. Am Ende muss es sich, ich sage immer, in der Gruppe selber stimmig anfühlen und nicht irgendwie von Gatekeeping, oh, das spielt man aber jetzt nicht. Also, lasst euch nicht davon abhalten. Ja, hast du noch irgendwie ein abschließendes Wort, Chimba El? Als Gast in Gästin, sagt man, glaube ich. Gibt es tatsächlich schon im Mittelhochdeutschen in unserer Sprache das Wort Gästin. Ja, erst mal herzlichen Dank natürlich für die Einladung. Es war sehr schön, mit euch ein bisschen über Elfen zu plaudern und ja, ich bin gespannt, was für Wünsche kommen, welchen Aspekt man denn noch vertiefen könnte und ja, vielleicht geht es jetzt mal wieder zusammen. Gut, dann hinterlasst uns doch bitte irgendwas an Feedback zu den Elfen oder vielleicht habt ihr ein anderes aventurisches Thema, was wir besprechen sollen. Zwerge! Ja, dann bitte. Hashtag Zwerge in die Kommentare unter der Elfen-Folge. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder mit einem völlig anderen Thema. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020